Guten Tag und herzlich Willkommen wieder zurück zu H1Z1 in der gewohnten Konstellation Bayerwald LP Vollzeit. Fresh Fries. Hallo. Ich nutze dich LP. Moin moin. Und i4. Wo fliegt ihr denn? Ihr könnt ruhig unten an der... Anna, 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 Anna. An der Hande da dann. Ich besorge uns ein Auto und so. Da ist ein Haus, oder? Ich weiß nicht wer das ist. Bestimmt. Da ist ein Haus, da ist ein Haus. Oder was ist da? Irgendwas ist da im Wald. Ja, da bin ich gerade am Landen. Am Wald? Ups, ich bin gelandet. Bin unten. Nehmen wir den... Ich bin jetzt auch unten. Scheiße, ich bin mitten in der Pampa bei C3. Ach, leck mich doch. Du bist mir hinterher gefunden. Hast es aber nicht gepackt. Wo seid ihr denn? Ich bin schon B2. Ich bin mit... Ich nutze dich bei so einem Wohnwagen und... Ja, sag mal, Koordinaten C3 oder was? D3. Ich bin D3. D. D3. Ich bin C3. D3 ist nach Osten. Du bist C3PO? D3PO? D3PO? Da ist schon leider zu viel. Also, du hast schon ein Auto? Ne, ich habe noch nie Star Wars geguckt, weil... Irgendwie finde ich keinen Draht zu dem... äh, zu dem Film. Irgendwie nicht. Ich habe ein Auto. Arsch der Welt gelandet. Ja, du bist mir hinterhergeflungen und hast es nicht geschafft. Ich kenne das da gar nicht, wo wir sind. Ah, hier ist die Straße. Ich bin bei... Oh, das ist ein Spieler. Ich bin bei Sims. Wo? Knallt ihn ab. Töte ihn. Töte ihn. Sofort! Ich sehe den ganzen Spieler nicht. Wo ist denn der? Ach, da. Shit! Ah, ich habe ihn getroffen! Ich habe einen Shotgun. Ah, das gibt es ja nicht. Mir ist gerade einer... Immerhin sind Bunnyhopper hier, ey. Mir ist gerade einer weggelaufen. Ich komme zu euch jetzt. Ich bin auf... Egal, ich glaube, der wird nicht mehr wiederkommen. Oh, hinter uns! Boah, hier liegt ein Messer. Super! Tolle Wurst. Ich habe nichts mehr. Egal. Braucht kein Mensch. Ich bin hier gerade im AK-Paradies. Hast du eine AK schon wieder gefunden? Ich habe zwei AK. Du Cheater. Du Cheater ohne Scheiß. Ich habe nur einen Schuss, ey. Verdammt. Ich habe gar keinen mehr. Oh, ich bin so hoch! Nice. Ihr habt es endlich erledigt, Leute. Ich bin jetzt gerade D3, aber ich kenne die Gegend hier gar nicht. Da in der Nähe ist Sims. Lauf zu Sims, ich bin in Sims drin. Wo ist denn Sims? Ah, ich weiß schon, wo wir sind. Ja, ich lauf auch zu. Äh, lauf mal zu Sims hoch, ja. Also so richtig hoch. Ja, ich lauf dir hinterher. Ich habe nämlich nur noch ein Schuss in meiner Marken. Hm, Nordosten ist das dann quasi von mir aus gesehen. Super, hier ist nur ein Bogen. Wer braucht schon hier? Da werden viele mit Sims an. Damit schauen wir in der AR oder so, wenn ihr noch keine habt. Ja. Ich kriege euch Mund. Oh shit. Da ist jemand, da ist jemand. So, komm aus der Tür wieder raus, du faule Sau. Da läuft einer, hier läuft einer. Oh, 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 oh. Ah, ich bin weg. M.G. ist tot. Fuck. M.G. ist die N. Dyskolleg. Fuh. Eif hier, Eif hier, der läuft mit der Achse nach mir her. Das ist wieder eine Wahnsinnsrunde von mir. Ja. Boah, werde ich einfach weggeschottet. Ich habe nur Fäuste. Oh. Naja. Äh. Lauf. Ich moderiere dann wieder ab. Äh. Wie immer als Erster. War nicht unbedingt der Brüller bei mir. Schaut bei den anderen Vieren vorbei. Die sind noch ein bisschen länger. Ach, die Pferde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.